Herzlich willkommen Freunde zu einem neuen Video. Heute mal ein komplett anderes Videoformat, was es noch gar nicht auf meinem Kanal gab. Ich werde heute mal meine Boxen einsortieren, die ich mir bestellt habe. Also die Kunstköhler reinpacken, die zum Beispiel in diesen kleinen Boxen sind. Habe ich euch glaube ich auch mal vorgestellt. So meine kleinen Köhler, dass die hier alle mal in diese Boxen kommen. Und genau, das wird eigentlich heute ein großer Teil sein. Dann werde ich die neu erworbene Spinnrute mal montieren, eine Schnur draufziehen und so ein bisschen vorbereiten. Ja und ich werde ab und zu mal ein kleines Zwischenfazit euch zeigen, ein bisschen was erklären. Wird wahrscheinlich ein relativ kurzes Video. Ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß dabei und genießt es. So und natürlich werden in die Boxen auch alles einsortiert, was in den Adventskalendern war. Ich habe mir leider auch noch keinen Plan zurechtgelegt, was wo reinkommt. Aber ich denke mal, ich werde einmal eine Box machen mit ganz viel kleinem Zeug und mittelgroßen Ködern. Und einmal eine mit größeren Ködern und vielleicht auch eine mit Gummifisch. Also das muss ich mir halt noch überlegen. Ihr habt hier bei den Boxen diese Einlege zum Abtrennen. Und ihr könnt, ich glaube 18 Fächer mit diesen Boxen machen, also mit diesen Trenndingern. Und die könnt ihr halt dann hier in diese Schienen rein machen. Und dann habt ihr jetzt hier einen Boxanteil, Abteil. Könnt ihr halt hier noch eins dazwischen und das ist ja vor allen Dingen für mich, der viele kleine Köder benutzt. Sehr passend. Ja und dann werde ich jetzt mal anfangen eins zu sortieren. So Freunde, jetzt gibt es erstmal ein kleines Zwischenupdate. Also wir haben hier eine Box mit relativ kleinen Ködern. Wir haben hier oben die Perlen für Skyliver Liner Rig und Glasgewichte, Wirbel, Haken, Patronenhülsenbleie und andere Bleie. Achso und Chebues. Offset Haken, Dropshot Bleie. Dann haben wir hier Spin Baits oder Spinner Baits, sämtliche Gummifische, Spoonsblinker, meine Lieblingsforellenköder, diese kleinen Oberflächenköder sind es ja. Also Wobbler, die machen ordentlich Druck. Bleiköpfe, die Twin Toner, Chatter Baits und dann hier so durchmischtes Mandular, kleine Wobbler, Crank Baits und Spinner. Und dann fange ich jetzt hier die nächste Box an, hier ist ein Popper drin und etwas größere Crank Baits, Wobbler, ich weiß immer nicht ganz genau wegen Unterschied und so. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor mir, also geht es jetzt auch weiter. So, kurze Zwischenmeldung, auch Box 2 füllt sich doch. Kurze Fächern, einmal so Richtung Popper, also Oberflächenköder, dann hier wieder so Wobbler. Dann irgendwas, was in einem Kästchen noch drin war, was ich vorher nicht gesehen hatte. Dann jetzt hier so Crank Baits, größere Gummifische, halt andere Wobbler, Stick Baits, alles mögliche, Blinker, die Gummikrebsimitator aus dem Adventskalender und hier auch nochmal so. Ich werde, ich denke, ich denke mal, die, sorry wegen dem Wackeln. Ich denke mal, dass ich die Box, das wird so meine UL-Box. Da ist alles drin, was ich auch für meine Montagen brauche, fürs UL-Angeln, aber auch Teile für so Carolina Rig, Dropshot Rig, die etwas schwerer sind. Hier so 14 Gramm Dropshot Blei. Also ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich beide Boxen immer mithaben. Das sind erstmal die Boxen, ich glaube, die kann ich erst einmal hinzumachen. Das geht auch so vom Packen her, ist in Ordnung. Ja, und zum Teil muss ich mich dann halt entscheiden, was ich mitnehme. Und dann haben wir hier so ein Tütchen, so ein kleines Tütchen mit ganz vielen Gummifischen, Creator Baits. Ja, da werde ich vielleicht noch, ja eigentlich will ich es nicht aussortieren und das Schöne ist, die sind ja irgendwie alle so in einem Sipbeutel, also wieder verschließbar. Und ich habe die auch hier in so ein Sipbeutel gepackt, dann kann ich das hier oben einfach zumachen. So, dann ist das hier zum Beispiel schon mal so ein Päckchen, was mitkommt ans Wasser. Und das passt auch easy in meinen Rucksack, also in meinen großen Rucksack sowieso, aber auch in meine kleinen Rucksäcke. Und dann haben wir noch, was, also ich stelle euch jetzt mal vor, was ich dann wahrscheinlich so mitnehme, wenn es wieder auf Raubfisch geht. Dann haben wir hier noch Sprengringe, Shebus in verschiedenen Gewichtsklassen, dieses Free Rig, zweimal Fluor, Carbon Fahrfächer und noch ein paar Tonhülsenblei, obwohl da packe ich wahrscheinlich einfach welche mit in meine UL-Box. Ja, und das wird dann wahrscheinlich so das sein, was mit ans Wasser kommt. Das sieht jetzt auf der Kamera ziemlich viel aus, aber wenn man das alles gut packt, passt das locker in den Rucksack. Und wie gesagt, zur Not muss ich halt entscheiden, mit welcher Route ich losziehe. Entweder UL oder halt ein bisschen schwerer, die 10 bis 30 Gramm. Und selbst mit der 10 bis 30 Gramm, wenn ich, achso, natürlich nehme ich hierfür noch Schnur mit, die habe ich jetzt aber noch in meinem anderen Rucksack. Und meine schon vorgebundenen, die kommen natürlich auch mit. Da werde ich mal schauen, ob ich mir jetzt vielleicht auch gleich nochmal ein paar Binde. Ja, und dann geht das Packen auch schon weiter. So, ja, ein paar Tanne von der Kiste sind gepackt. Ihr seht hier, ist noch eine ganze Menge zu tun. Jetzt kümmere ich mich gerade darum, ich habe hier einen Großteil von der Schnur von meiner UL, von der hellblauen, hellblau-orangen abgezogen. Und die bekommt jetzt eine neue, eine neue Schnur. Also ein bisschen lasse ich noch drauf als Unterschnur, als etwas festere Schnur. Aber die bekommt jetzt eine neue von Cineight. Und in nur noch 10, also nur noch eine 0,10er in 3,6 Kilo Tragkraft. 500 Meter sind hier drauf in dunkelgrün. Genau, die werde ich jetzt gleich aufziehen. Und bei der anderen weiß ich noch nicht bei meiner 3 bis 12 Gramm, ob die auch eine 0,10er bekommt oder ob ich da bei 0,12er bleibe. So, da sind wir schon. Die 0,10er ist jetzt drauf. Genau, auf meiner UL, die hier nur 2 bis 10 Gramm, sorry, ist jetzt verkehrt rum, aber hier 2 bis 10 Gramm Wurfgewicht hat, ist jetzt eine 0,10er drauf. Und ich glaube, das reicht auch vollkommen, weil, ja, ist eine UL-Route und die 0,10er ist hochwertig. Die hält 3,6 Kilo aus. Also, ja, da sollte nichts schief gehen. Die können auf jeden Fall mal wieder neu aufgefüllt werden. Ihr seht, hier ist schon ganz schön nur Verlust. Und was ich auf jeden Fall gleich machen werde, ist, ich werde die säubern. Heißt, ich mache Montage ab, mache die Rolle ab. Genau, weil das ist so meine Winterroutine. Und dann werde ich auch definitiv noch diese Rute säubern. Das ist meine Grundrute. Die kennt ihr. Mit der angle ich eigentlich hauptsächlich auf Grund. Und ja, über die Zeit sammelt sich da halt Teigreste an. Die müssen jetzt auch langsam weg, auch die Rolle. Das ist hier die Safina von Okuma. Die kann ich euch nur empfehlen. Ich habe sie an zwei Routen dran. Könnt ihr, glaube ich, bei Amazon bestellen. Und ich glaube, hier werde ich auf jeden Fall auch Schnur austauschen. Da muss ich mal schauen, welche ich hier drauf hatte. Ja, ich mache mal weiter und melde mich dann, wenn es was Neues zu berichten gibt. So, und auch die zweite Rolle ist neu bespult. Ich setze euch mal hier ein bisschen in den Fokus. Nein. Und ja, ich habe hier so ein bisschen die Teigreste rausgekratzt, die noch da waren. Hier so ein bisschen, so ein bisschen ist noch. Aber im Vergleich zu vorher schon ein deutliches Upgrade. Ja, und dann widme ich mich auch gleich dem härtesten Fall, der Grundroute, die da hinten noch wartet. So, es geht weiter. Ich habe schon mal die Rolle von der Route abgeschraubt. Hier kommt auch neue Schnur drauf. Und zwar, da kommt die neue 020er drauf. Ich habe geschaut, die, die jetzt drauf ist, ist auch eine 020er. Da kommt die jetzt drauf mit 13 Kilo Tragkraft. Genau, und ich fange jetzt an, hier so den groben Dreck mit einer Ködernadel schon mal abzukratzen. Und dann später mit Küchenkrepp, was ich mir auch schon bereit gelegt habe, und ein bisschen Wasser, den Rest wegzukriegen. Und das Endresultat, ja, seht ihr dann. Sovon, und hier haben wir das fertige Produkt. Ihr habt ja wahrscheinlich auf jeden Fall von der Rolle die Vergleichsbilde gesehen. Ja, bei der Route hier so in diesen kleinen Rillen, ne, also so viel Mühe mache ich mir dann auch nicht. Zum Teil sind das auch Alterserscheinungen. Das hier ist kleber, weil ich den ersten Ring mal ankleben musste. Wie gesagt, und das hier sind alles, das sind alles Kratzer. Wie gesagt, die Route auch hier, da, überall. Die Route hat schon einiges mitgemacht. Die ist jetzt, glaube ich, auch schon fast fünf Jahre alt. Da darf man auch mal Alterserscheinungen haben. Ja, aber ich würde sagen, also auch die Rolle ist schon ewig alt. Aber da ich die immer gründlichst sauber mache, und alles, was ihr dann vielleicht noch irgendwo seht, an schwarzen Punkten, wie zum Beispiel hier, da unten, der da, das sind alles nur Kratzer. Alles, was Teig ist, beziehungsweise war, ist weg. So, ich werde die jetzt so, wie sie ist, wieder verstauen, und dann, wenn ich sie brauche, neu montieren, weil ich bereite ja auch vor jeder Angelsession meinen Tackle vor. Ja, und ihr seht, hier ist noch ordentlich was zu tun. Das heißt, ich mache mal weiter. Ja, Freunde, das war der erste Teil. Diesmal ging es halt nur ums Gerät, und dass ich so ein bisschen meine Boxen sortiere. Ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen gefallen. Es ist wirklich eine kleine spontane Sache. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video wieder.